Ich muss hier noch kurz was zu dem Stück erzählen. Isabel Gauri wurde im Jahr 1916-1962 im Schoppel und der Hexerei angeklagt, angeblich ohne den Einsatz von Folter. Aber es hinterblieb eine der detailliertesten Quellen für Beschwörungsformen, wie sie gegen Ende des Zeitalters der Hexenprozesse angewendet wurden. Isabel Gauri feels so good, she does not do the things. Isabel Gauri 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 She is my lady of the night She does not do the thing She does not do the thing She does not do the thing She's strong She is my lady of the night She is my lady of the night She does not do the thing 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 And blood To blood I will go into a hair With sorrows I can make again And shall I go in the devil's name I'm wired when I come home again And the children And the fortune They lay together in the night Isabel, Isabel Isabel, Isabel 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 She does not do the things she shows Untertitelung des ZDF, 2020